Die CDU, CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir diskutieren heute emotional streckenweise in der zweiten und dritten Beratung unterschiedliche Anträge zum Familiennachzug bei subsidiär Schutzberechtigten. Die Forderungen reichen von der Abschaffung des Familiennachzuges für subsidiär Schutzberechtigte, das ist der Antrag der AfD, bis hin zum unbegrenzten Familiennachzug, das fordern die Anträge von Grünen und Linken. Subsidiär Schutzberechtigte sind Flüchtlinge, die nur einen vorübergehenden Schutzstatus besitzen und die generell nach europäischem und völkerrechtlichem Recht keinen Anspruch auf einen Familiennachzug haben. Wir haben im Juli 2015 diese Regelung geändert. Zum damaligen Zeitpunkt hatten im zuvor gegangenen Jahr gerade mal 2.000 Personen diesen Schutzstatus erhalten und haben sie den Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention gleichgestellt. Nachdem die Zahlen dann aber im Jahr 2015 gegen Ende und 2016 signifikant in die Höhe gestiegen sind, haben wir uns in diesem Parlament entschlossen, den Familiennachzug nur für subsidiär Schutzberechtigte für zwei Jahre zunächst auszusetzen. Im Jahr 2016 haben 153.000 Menschen, das sind 40 Prozent aller berechtigten Asylbewerber, diesen Schutzstatus erhalten und im Jahr 2017 waren es weitere 96.000 Personen. Der Familiennachzug läuft, die Aussetzung läuft im März aus, es besteht Handlungsbedarf. Es ist immer einfacher, wenn man von Steuerung und Begrenzung spricht, nach Europa zu schauen und zu sagen, da muss es geregelt werden. Es ist einfach zu sagen, Fluchtursachenbekämpfung, ein großer Begriff, hinter dem aber sehr viel natürlich steckt und der richtig und wichtig ist. Schwierig wird es, wenn man in Deutschland Regelungen treffen muss, und das erleben wir heute. Auch die Regierungsparteien machen es sich nicht einfach, und sie haben aus meiner Sicht einen guten Kompromiss gefunden. Die Spitzenvertreter der Kommunalen Verbände haben in sämtlichen Anhörungen in der Vergangenheit, in den letzten drei Jahren und am Montag wieder darauf hingewiesen, dass sie überfordert sind und dass sie uns bitten, den Familiennachzug weiterhin auszusetzen und für Einzelfälle Ausnahmen zuzulassen. Frau Kollegin, ich wiederhole, was der Vertreter des Städtetages am Montag gesagt hat. Er hat deutlich gemacht, dass man zur Integration Wohnraum, Sprachkurse, soziale Teilhabe, Kitas, Jobs und Schulen braucht. Und dass das begrenzte Güter sind. Und Frau Rottmann frage ich, ob sie sich vielleicht auch mit Herrn Palmer unterhalten hat. Wir haben im Sondierungspapier klar vereinbart, der Familiennachzug bleibt ausgesetzt. Wenn er wieder aufgemacht wird, dann bezieht sich das auf 1.000 Menschen pro Monat. Der Nachzug wird an Bedingungen geknüpft. Und warum haben wir das gemacht? Weil wir festgestellt haben, dass die Härtefallregelung, die es gibt, zu eng und zu starr ist. Und eben auch keine Möglichkeit an manchen Stellen gibt, die wir gerne einräumen würden. Deswegen sind diese 1.000 Menschen auch eine gute Zahl. Zahlen sind nie zufriedenstellend. Man kann immer mehr fordern. Und mit dem jetzt vorliegenden Änderungsantrag setzen wir genau unsere Forderung nach Begrenzung und Steuerung um. Und wir setzen genau das um, was auch im Sondierungspapier vereinbart ist. Es bleibt bei der Aussetzung des Familiennachzuges für Subsidiärschutzberechtigte, die nur einen vorübergehenden Aufenthalt in Deutschland haben sollen, bis zum 31.07.2018. Ab 1.08. ist ein Nachzug von bis zu 1.000 Personen möglich. Und gleichzeitig läuft unsere Regelung mit Griechenland und Italien aus. Das heißt, die 1.000 Personen, die wir da genommen haben, halten sich jetzt sozusagen die Waage. Und wir erhöhen damit im Ergebnis die Zuwanderung nicht. Die Entscheidung erfolgt im Einzelfall und im Ermessen. Und das ist auch gut so, weil wir dann auch unsere Vorstellungen daran knüpfen können. Und was uns ganz besonders wichtig ist, wir kehren zumindestens teilweise zur Rechtslage vor August 2015 zurück, indem wir den generellen Rechtsanspruch auf Familiennachzug für Subsidiärschutzberechtigte beseitigen. Und dass es damit auch keinen generellen Anspruch auf einen Familiennachzug für diese Menschen gibt, die bei uns nur einen vorübergehenden Anspruch haben. Ja, die Härtefallregelung bleibt bestehen. Und ich finde das auch gut so. Die Länder entscheiden in den Härtefallkommissionen darüber, auf wen sie angewendet wird. Dort ist die Expertise. Dort kann man sich die Einzelfälle besser anschauen. Und nachdem das im letzten Jahr gerade mal 66 Personen waren, brauche ich Ihnen nicht näher zu erklären, wie eng gefasst diese Regelung sein muss. An dieser Regelung wird nicht gerüttelt. Die steht neben den 1.000 Personen. Und das ist eine gute, eine gute Lösung. Unser Änderungsantrag mit den nachfolgenden Regelungen, die wir noch verabschieden werden. Und natürlich vertraue ich darauf, dass das mit der Union und der SPD auch einvernehmlich klappt. Ist ein guter Kompromiss. Und ich bitte Sie daher ganz herzlich, diesem Änderungsantrag heute auch zuzustimmen. Man muss manchmal auch nicht so einfache und durchaus schwierige Entscheidungen treffen, wenn man sich in der Regierungsverantwortung befindet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.